Hallo meine Freunde, was geht ab? Mein Name ist Washbar und ich bin wieder zurück mit einem neuen Video. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr euch die beste Origin 12 Klasse erstellt. Vor allem in der Season 5 ist es jetzt dazu gekommen, dass die Shotguns immer relevanter werden und durchaus immer öfter in die Warzone Loadouts mit eingebaut werden. Bereits letzte Woche habe ich ein Video gebracht zur Shotgun R9-0, was ihr euch gerne ergänzen zu dem hier anschauen könnt. Die R9-0, aber auch die Origin sind momentan die stärksten beiden Shotguns, die einem zur Verfügung stehen. Wie gesagt, fürs R9-0 Loadout gerne mal ein anderes Video anschauen. Kommen wir jetzt aber zur Origin. Da werde ich euch hier ein Loadout zeigen, was sich auf jeden Fall für Warzone eignet. Für den Multiplayer würde ich aber dennoch ein paar Änderungen vornehmen, was aber jetzt erstmal nicht Thema in diesem Video sein sollte. Wie zu erwarten ist die Origin dann in euer Loadout die Secondary und kann beispielsweise anstatt der Sniper oder einer MP mitgenommen werden. Folgendermaßen sieht das Loadout aus. Als allererstes mal eine kleine Besonderheit bei den Shotguns, dass nicht wie sonst der Monolith-Schalldämpfer als erstes ausgerüstet wird, sondern ihr dafür den Ausrüstungsgegenstand Würgebohrung ausrüstet. Der vor allem für eine geringere Streuung sorgt und ihr dadurch natürlich auch eine erhöhte Reichweite habt. Es geht weiter mit dem Lauf. Dafür benutzt ihr den letzten, den ihr in der Liste habt. Dieser nennt sich Fähler. Und genau wie Würgebohrung sorgt der für eine effektive Reichweite und eine geringere Streuung. Als dritten Ausrüstungsgegenstand nutzt ihr den 5mW Laser. Hauptsächlich dafür, dass ihr eine höhere Präzision aus der Hüfte habt. Da alle meine Secondaries möglichst mobil sein müssen, weil ich sie hauptsächlich zum Laufen auch immer in der Hand habe, ist es bei dieser Shotgun nicht anders. Aus diesem Grund habe ich bei dem vierten Ausrüstungsgegenstand ohne Schaft ausgewählt. Das erhöht die ZV-Geschwindigkeit, was für mich persönlich nicht so relevant ist, aber hebt auch das Bewegungstempo an, weshalb ich darauf auf keinen Fall verzichten kann. Bevor wir jetzt zum letzten Slot kommen, würde ich euch bitten, mir einen Daumen nach oben zu geben und ein Abo dazulassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Aktiviert gerne auch die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Selbst wenn du nie wieder ein Video von mir schaust, hilft es mir und den Kanal weiter nach vorne zu kommen, um weiteren spannenden COD-Content zu verbreiten. Momentan sind wir kurz vor 400 Abos und bin entsprechend für jeden Support super dankbar. Aber zurück zum letzten Ausrüstungs-Slot. Ich vermute, einige haben sich schon gedacht, dass es sich dabei um das 12-Schuss-Magazin handeln wird. Aus den eben genannten Gründen, die ich euch beim Schaft erzählt hatte, rüste ich auch das 12-Schuss-Magazin aus. Es beeinträchtigt am wenigsten meine Beweglichkeit bzw. mein Bewegungstempo und vergrößert natürlich noch mein Magazin. So sieht die Waffe nun vollständig aus. Baut sie gerne mal nach, testet sie aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr diese so findet. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, den Daumen nach oben und das Abo nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.